Was soll das denn? Bleib da drinnen, bleib da drinnen! Haben die was produziert? Nein, aber es ist jede Menge gewachsen! Ah, ist das Schöne! Wenn die mir nicht direkt alles vor der Nase weg essen würden hier, wenn die noch hier... Oh Mann, guckt euch das mal an, ey! Die haben echt mir das vor der Nase weg gegessen! Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht! So, haut rein, Freunde! Haut rein! Ups! Ne, das Zeug will ich eigentlich nicht rausziehen! Das dauert zu lange, ey! Oh, und dann passiert sowas! Das kommt dann auch noch dazu! Oh Mann, guckt euch das mal an, ey! Was hier für ein Chaos ist, ey! Shit! Es geht doch nicht so weiter, Freunde! Das geht doch nicht so! Oh, ein paar Karotten sind daneben gegangen, glaube ich! Egal, so! Müssen wir das so einsammeln, ey! Guckt euch das mal an! Die fressen das einfach so auf, ey! Die fressen einfach das Zeug so auf, ey! Die fressen es einfach auf! So! So! Schnell mal das Zeug entsorgen! Beziehungs, verkaufen! Oh, ich brauche unbedingt 500! Ich muss die Wände höher machen! Es geht hier gar nichts mehr, Leute! Es geht hier gar nichts mehr! Ihr seht selbst! Es ist hier eine Überbevölkerung von Slimes! Shit! Come on, come on! Oh, Mann! Oh, Mann! Das ist echt... Ich kann nicht mal das Zeug rausholen, weil die mir direkt vor die Nase kommen, ne! Guckt euch das mal an, ey! Guckt euch das mal an, ey! Guckt euch das an, ey! Das ist doch... Oh, Mann! Das ist zum Haar raufen! Wirklich! Ich glaube, wenn ich die verkaufe... Oh, nur noch vier! 500! Jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll! High walls! 350 kostet das nur? Aha! Okay! Schön zu wissen, Freunde! Ihr kommt jetzt alle hier rein, ey! Du auch! Und du! Komm! Und du! Und du! Und du! Oh, nee! Er fliegt da drüber! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Boah! Das sind viel zu viele da drin, ey! Oh, tsch! Boop! Come on! Oh, nee! Das sind einfach zu viele, Leute! Ich muss ein paar entsorgen, ey! Was fliegt der jetzt hin? Schon direkt auf unser Grundstück! Haha! Der kommt! Der passt da gar nicht mehr rein! Seht ihr das? Die passen da nicht mehr rein, ey! Den kleinen, den können wir auf jeden Fall entsorgen! So! Freiheit! Freiheit für ihn! Ich hoffe, die machen hier kein Theater! Was macht ihr denn hier, ey? Warum springt ihr? Guck mal, alles! Das ganze Feld leergefressen! Guck mal, sie können auch hier rüber springen, ne? Ah, ja, ja! Oh! Okay! Okay, okay, okay! Nein, nein, nein! Bleibt hier! Och, Mann! Och, Mann, ey! Das ist doch nicht wahr, ey! So, das ist am einfachsten! Es sind einfach zu viele! Viel zu viele! Was macht ihr denn hier? Ihr sollt doch hier drin bleiben! Ich verstehe das nicht! Ich verstehe das nicht! Wir sind nur beschäftigt, die rauszuholen hier! Das kann es doch nicht sein, Freunde, ey! Das kann es doch nicht sein! Aber sie müssen jetzt mehr geben, ne? Ah, I don't know! So! Nichts zu essen! Nichts zu essen! Ach, wie schön! Wie schön! Wir haben nichts zu essen hier! Die können wir auch einsammeln! Dann wachsen die auf jeden Fall! Oh, Mann! Das ist doch frustrierend, ey! Da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr den Spielstand weiterspielen! Dann können wir auch den alten Spielstand weiterspielen! Wird dann mehr Sinn machen! Hühnchen! 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 Wo seid ihr? Nö! Keine Hühner mehr! Okay! Geht dann weiter! Müssen wir auch nochmal zurück! Oh, Mann! Das ist echt frustrierend wegen dem Update! Ey! Keiner tut was! Wieso sind die so lahmärschig? Ey! Wir haben zwei fucking Schlüssel in der anderen Welt! Und... Was machen die? Nein! Die... Die... Die machen einfach nichts! Ich glaube, ich spiele in der nächsten Folge auf jeden Fall die alte Welt wieder weiter! Und jetzt... Wofür machen die jetzt? Und, und, und? Oh, toll! Nicht viel mehr! Ich dachte, die machen mehr! Machen die ja gar nicht! Oh, die Preise sinken auch für das Zeug! Vier nur noch! Das... Wir haben mal mit zehn angefangen, das weiß ich noch! Wow! Und wie ist der hier rausgekommen? Das würde mich mal mehr interessieren! Wie die da rauskommen! Freunde! Ballpilz! Das war doch immer ich für... Zeug freischalte! Die haben Hunger! Oder was sabern die da? I don't know! Kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen! Oh, wo kommt der denn hier wieder her? Ich springe die so hoch, dass die immer schön rauskommen! Kann doch nicht sein, oder? Hier kann man natürlich diese ganzen anderen typischen Sachen freischalten! Das, äh, machen wir aber im Moment nicht! Weil ich glaube, wir machen in der nächsten... Ja, wir machen in der nächsten Folge, spielen wir unsere alte Welt wieder! Und, äh, das ist irgendwie zu anstrengend, alles wieder von vorne aufzubauen, ey! Wirklich, äh, puah! Ich bin hier am Schwitzen gekommen, also... Ja, sorry für die kurze Freunde, äh, Folge, Freunde! Wir sehen uns dann, äh, in der nächsten Folge von SlamRanger wieder!